Martin, ich habe einen Tipp für dich. Okay. Halte dich von chinesischen heißen Quellen fern. Ein Wort der Warnung. Ja, dabei war ich gerade auf dem Weg dahin. Ich wollte mich eigentlich mal ein bisschen gut gehen lassen in der heißen Quelle. Das habe ich mir gedacht. Und dann sowas wieder hier. Herzlich willkommen bei euren Anti-Reisetipps im Filmmagazin, wo es nicht hinfahren soll. Wir sagen euch, wo ihr nicht hinfahren sollt. Ist ja auch gut zu wissen. Man sagt immer, wo man hin soll. Aber es ist auch mal gut zu wissen, wo man es am liebsten sein lassen sollte. Und warum es eben heute da um heiße Quellen in China gehen soll, das erfahrt ihr dann im Laufe des Filmmagazins. Erstmal herzlich willkommen bei unserem hunderkuscheligen Podcast, das Filmmagazin. Ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Und wir sprechen einmal in der Woche über Film, Fernsehen, Serien, was Neues herausgekommen ist. Und besprechen das mal, ob es sich das lohnt. Aber auch ältere Stoff schauen wir uns gerne mal ganz genau an. Und drehen das einmal auf links und rechts, um zu schauen, wie ist denn das aus heutiger Sicht zu bewerten. Und da haben wir auch gerne ältere Streifen mal dabei. Aber es ist dann, genau, wird das dann auch von uns durch die Lupe genommen und angeschaut. Und heute geht es ein bisschen um beides. Was Altes und was Neues. Stimmt, tatsächlich. Sogar dieses Mal beides. Ja, aber das ist kein One-Way-Ticket hier. Ihr müsst auch was tun. Also es ist jetzt nicht Frontalbespaßung. Ihr müsst einfach mal schreiben, wenn ihr Lust habt, mal, dass wir über was Bestimmtes reden. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt. Einige haben uns schon erreicht. Versuchen wir immer so ein bisschen mit einzubauen. Sobald, ich sag mal, ich hab jetzt gerade das Gefühl, es kommt relativ viel Neues, über das man auch reden kann. Aber wir haben auch öfter mal so Monate, jetzt im Sommer war es jetzt zuletzt so, dass wir schon da sitzen und überlegen, boah, worüber kommen wir denn reden? Ist irgendwas Interessantes rausgekommen? Und da kommen dann eure Ideen ins Spiel, die wir uns aufgeschrieben haben, also nichts versandet. Da reden wir dann über eure Vorschläge. Das heißt, wenn ihr uns eine Mail schreibt, mail.filmmagazin.audio oder ihr schreibt uns eine DM bei Instagram oder hier bei YouTube, wenn ihr das nicht im Podcatcher hört, sondern auf YouTube schaut, da könnt ihr uns ja mit Bild sehen, dann könnt ihr auch hier einen Kommentar natürlich dalassen. Nicht nur zur Folge, die ihr gerade schaut, sondern auch, was wir uns vielleicht mal anschauen sollen, was ihr gerade gesehen habt. Also ihr seid herzlich eingeladen, hier mitzumachen. Und wir sprechen jetzt über Ranma 1,5, weil ihr habt das sicherlich im Titel schon gelesen, deswegen keine große Geheimniskrämerei, aber eine Serie, die alt und neu zugleich ist, denn sie ist neu aufgelegt worden, ist auf Netflix gerade, läuft aktuell die aktuelle Staffel 5 Folgen, sind zu dem Zeitpunkt jetzt draußen, wenn diese Folge veröffentlicht und wird. Und früher bei RTL 2, bei den Animes, da lief Ranma 1,5 auch schon. Und hast du es da auch schon wahrgenommen, hast du es da schon gesehen? Wahrgenommen habe ich es, habe da nochmal so ein, zwei Folgen, kann ich mich erinnern, schon gesehen, aber das war eine der, auch der Anime-Serien, die ich dann wirklich nicht bewusst geschaut habe. Also da habe ich dann wirklich, war das jetzt für mich auch, wo ich jetzt die vier Folgen gesehen habe, des Remakes war dann für mich auch alles an sich neu, weil dann wirklich alles komplett eigentlich weg war von den zwei Folgen, glaube ich, auch die ich mal gesehen hatte, so irgendwie mit einem halben Auge. Deswegen ist das für mich eine relativ neue Serie, obwohl sie ja auch genau zu dem Zeitpunkt ja auch, glaube ich, dann auch schon Anfang der 2000er, Mitte der 2000er auch auf RTL 2 lief. Aber die habe ich irgendwie tatsächlich übersehen. Ich habe dann erst die Nachfolge-Serie, sage ich mal in Anführungszeichen, Inuyasha, die ja von derselben Mangaka stammt, die habe ich dann sehr stark verfolgt. Da wäre ich ein bisschen mehr im Stoff gewesen, aber so war es für mich dann sozusagen auch mit einem Remake das erste Mal. War das bei dir anders? Naja, ich habe das schon, also ich wusste schon, worum es geht. Ich habe auch wahrscheinlich ein paar mehr Folgen geguckt, aber du bist, glaube ich, nicht alleine unter denen, die das nur peripher mitbekommen haben, denn Ranma in Halb hat bei RTL 2 unterschiedliche Sendeplätze gehabt. Also sie haben es gewechselt und wohl auch ein bisschen schlecht kommuniziert. Das heißt, man hatte gar nicht so richtig die Möglichkeit, das Ganze zu verfolgen. Und wenn ich richtig geguckt habe, ging es eher wie ihrer Nachfolge, also nicht Nachfolge, ist ja keine Nachfolge, Serie Inuyasha ist ja eine ganz andere Geschichte, aber von Rumiko Takahashi, was du schon gesagt hast, die Serie, die sie eben auch gezeichnet hat als Manga. Beiden ging es auf RTL 2 so, dass sie nicht zu Ende geführt worden sind im Deutschen. Das ist sehr schade, das ist in beiden Fällen äußerst schade, aber war so. Das heißt, wir sind leider ohne richtige Enden stehen gelassen worden. Und auch tatsächlich gibt es Inuyasha, Ranma in Halb im Moment, ich glaube Inuyasha auch, nur im gebrauchten DVD-Boxenregal, die auch sehr stark nachgefragt sind. Also ich habe leider keine gefunden. Ich habe nur mir in die erste Folge in Japanisch mal reingeschaut, was mir jetzt, sage ich mal, nicht so viel gebracht hat, weil mein Japanisch ist relativ schlecht, um nicht zu sagen, nicht vorhanden, aber zumindest so ein bisschen, um den Zeichenstil wieder anzugucken, nochmal anzugucken und sich zu erinnern, war das schon okay. Aber im Deutschen, echt, leider nicht. Also Netflix hätte, das machen das ja manchmal, und es ist ja jetzt ein Netflix-Anime, aber wahrscheinlich haben sie die Rechte einfach nicht bekommen. Oder es gibt die deutsche Version im Moment einfach nicht auf dem Markt. Sie hätten die ja jetzt zum Release der neuen Serie einfach mal wieder einkaufen können, damit man sich die alte auch nochmal angucken kann. Hätte ich Bock gehabt, aber leider nicht möglich im Deutschen. Und ja, Streaming, das nicht ganz legal ist, wollen wir hier nicht unbedingt thematisieren. Das heißt, leider nicht guckbar, außer man findet irgendwo eine gebrauchte DVD-Box. Für wahrscheinlich auch viel Geld. Wahrscheinlich auch viel Geld, ne? Das ist leider auch immer so der Nachteil, wenn man sich da mal das anschauen möchte. Ich hab's, glaub ich, gesehen, dass man da schon dann irgendwie 80 Euro hinlegen muss, oder noch mehr, wenn man dann die kompletten Staffeln auf Deutsch sich angucken möchte, die ja eben aber auch nicht fertig sind. Also man würde da natürlich auch was holen, was nicht abgeschlossen ist. Was, glaub ich, auch sehr unbefriedigend ist. Deswegen ist jetzt sozusagen für alle Leute, die da so interessiert sind, das nochmal schauen zu wollen, ist natürlich dieses Remake jetzt ein super Angebot, auch wenn man jetzt hier auch erst vier Folgen hat. Das heißt, bis das auch am Ende ist, es hat ja, glaub ich, schon auch fast 100 Folgen, der Anime, oder sogar noch mehr. Auf RTL 2 eben. Ja, auf RTL 2 hatte der, glaub ich, ich weiß gar nicht, 80. Jetzt korrigiert mich. Aber insgesamt sind's, also es gab da auch, auch in Japan ist ja mal komisch produziert, komisch programmiert worden. Und da lief er irgendwie Samstagabend in Konkurrenz mit zwei anderen sehr erfolgreichen TV, eine Anime-Serie und einer Spiele-Show. Da sind nur 18 Folgen produziert worden, weil es nicht funktioniert hat. Und dann hat man sich aber nochmal irgendwie sich aufgerafft, ein bisschen weniger Geld zur Verfügung gestellt, sag ich mal. Und einen Freitagsendeplatz dafür gefunden. Und dann sind nochmal 143 Episoden entstanden. Da hat's auch ziemlich gut funktioniert tatsächlich dann. Also da ist es auch hin und her gegangen. Also die Serie hat, glaub ich, für eine Rubiko Takahashi-Serie nicht, in manchen Teilen nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, weil sie ist ja wirklich eine der bedeutendsten Mangaka in Japan, hatte großen Erfolg. Ihr erstes großes Werk, Urusayatsura, ist ja auch schon früher, hat auch eine sehr, sehr erfolgreiche, ich glaub in den 80er Jahren, ja, also Ende der 70er, nee, die Anime-Serie war, glaub ich, dann in den 80ern, der Manga ist Ende der 70er gekommen. Die hat auch jetzt kürzlich ein Remake bekommen. Also ihre Werke scheinen jetzt gerade wieder on Vogue zu sein, die scheint man jetzt gerade wieder zu produzieren. Auch Inuyasha hat ja eine Spin-Off-Serie bekommen, die ist 2020, glaub ich, gestartet als Anime, läuft auch noch, oder 22 sogar. Also jetzt letztens erst kürzlich gestartet, wo es dann um die Kinder von Inuyasha geht. Also ja, ihre Werke scheinen gerade wieder mehr nachgefragt zu sein. Sehr spannende Person. Ja, habe ich auf jeden Fall für den Stil. Auf jeden Fall. Dann gehen wir mal auf die Ranma selber drauf ein, weil wir uns ein bisschen drumherum die Hintergründe ein kleines bisschen erklärt und woher das stammt. Aber worum geht es denn überhaupt in Ranma 1,5? Es geht um Ranma. Haha. Große Überraschung. Ranma Sao Tome, genau. Der kommt nämlich zum Dojo der Familie Tendo oder der Vater Tendo. Der besitzt quasi ein Dojo und der hat einen guten Freund. Das ist der Herr Genma Sao Tome. Das ist der Vater von Ranma. Und das sind eben alte Buddies. Und die haben sich irgendwie, um diesen Dojo irgendwann fortzuführen, dann irgendwann mal vereinbart, dass ihre Kinder heiraten sollen, damit dann quasi diese Familie sich vereint und dadurch dann der Dojo dann auch in festen Händen ist, sobald dann vielleicht dann die Väter nicht mehr da sind. Problem natürlich an der Sache ist, dass sich dann Ranma und dann die Tochter vom Tendo, also Akane Tendo, überhaupt gar nicht verstehen. Man könnte sagen, eine große Antipathie direkt zu Beginn haben, wo sie sich vorgestellt werden. Das ist natürlich das Erste, wo sie sich vorstellt. Erst mal hier, du musst diese Person heiraten. Das ist natürlich auch ein schlechter Start. Auch gerade wenn Akane wird auch als sehr aufmüpfiges Mädchen gezeichnet, die auch Jungs überhaupt gar nicht mag und lieber halt wirklich ihren Tag im Dojo verbringt, dort Karateübungen macht und eigentlich ganz andere Sachen im Kopf hat. Das ist zum einen die Handlung. Das ist natürlich das Größte, was das Einhalb dann ist, ist nämlich, dass Ranma nicht nur einfach ein krasser Karatekämpfer ist, der dann ein Mädchen irgendwann heiraten soll, sondern er kann sich auch verwandeln in ein Mädchen, wenn er kaltes Wasser berührt. Wenn er warmes Wasser berührt, verwandelt er sich zurück. Genau, das sind die Regeln. Beim Vater ist es, der ist von einem ähnlichen Fluch belegt. Bei ihm ist er dann einfach zu einem großen Panda bei kaltem Wasser und er verwandelt sich bei warmem Wasser wieder zurück in einen Menschen. Und das Ganze ist dann passiert, irgendwie zwei, drei Wochen bevor die Handlung startet. Da kommen wir nämlich auch zum Intro. Da haben dann die Ranma und Genma, Sao Tome haben Quellen besucht in China, auf ihrer Dojo-Reise, um ihren Kampfstil zu verfeinern. Und sind dann über irgendwelche mystischen Quellen gestolpert, die halt verflucht sein sollen. Und sie haben auch dann nicht auf die Warnhinweise der lokalen Bevölkerung geachtet und sind dann einfach reingetappt, mehr oder weniger, und sind dann verflucht worden. Und das ist jetzt ein bisschen Geschicksal. Was halt so passiert. Was eben so passiert. Also schon ein bisschen abgedreht, das Ganze. Und ist natürlich dann der große Kern der Serie, oder zumindest besonders jetzt natürlich in den vier Folgen, dass dann sich eben Ranma immer mal wieder in eine Frau verwandelt. Und das Ganze natürlich auch irgendwie geheim halten muss. Also Akane und ihre Familie, die kriegen das natürlich direkt am Anfang direkt mit. Aber so der Rest der Schule, die sie dann halt besuchen, der Mitschüler, die sollen das natürlich nicht mitbekommen. Großes Geheimnis. Das ist aber auch nicht so ein super dolles Geheimnis. Also es ist nicht so wie bei Detektiv Conan oder so, um nochmal ein RTL 2 Anime zu zitieren, wo das das große Geheimnis ist, dass das sich über die ganze Serie trägt, sondern es wird immer wieder auch damit gespielt, dass bestimmte Leute das dann rausbekommen, relativ schnell rausbekommen und dann natürlich darauf reagieren, wie es so ist. Ja, das ist das Setting. Es kommen dann diverse Figuren noch dazu. Wir haben noch Dr. Tofu, den ich sehr gut finde. Das ist doch ein super Name einfach. Ja, es ist wirklich ein guter Name. Wir haben jetzt in einer der letzten Folgen einen großen Widersacher von Ranma identifiziert, der aber gar nicht, also so eine Freund-Feind-Beziehung, sage ich mal. So eine Respekt, also noch nicht, aber so eine, kommt noch Respekt-Beziehung, aber auch eine Feindschaft sozusagen, Ryuga Hibiki ist aufgetaucht. Also wir sind immer noch, auch nach diesen Folgen, die jetzt veröffentlicht worden sind, eigentlich immer noch direkt in der Exposition. Welche Figuren gibt es? Wie funktionieren die miteinander? Was ist das Setup? Da sind wir eigentlich noch nicht raus. Das heißt, man kann, und ich glaube, das wird auch über die nächsten paar Folgen noch so bleiben, man kann noch nicht so richtig, ja, über die Handlung urteilen, sage ich mal, weil, und da habe ich nochmal reingeschaut, es ist ja jetzt auch keine Geschichte, die jetzt so wie heute häufig angelegt ist auf einen Arg, der dann irgendwie in zwölf Folgen passiert, und dann hat man eine relativ abgeschlossene Geschichte, man kann mit mehreren Cliffhängern arbeiten und so weiter, sondern man hat sich hier nach ziemlich, finde ich, einer ziemlichen Herausforderung gestellt und zwar eine Serie zu erzählen, die früher natürlich so fürs Wochenweise gucken gemacht war und so wird die Geschichte jetzt auch erzählt. Ich bin mal gespannt, wie Netflix das lösen wird, ob die Serie dann auch auf Dauer sozusagen funktionieren wird, wenn man nicht mit diesen Spannungsbögen arbeitet. Ich habe jetzt noch nicht gelesen, dass es irgendwie jetzt dauerhaft laufen soll, sondern ich glaube, es sind ein paar Folgen bestellt, so wie jetzt halt das produziert wird. Mal schauen. Also ich bin echt gespannt, wie sie das lösen wollen, weil ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht funktioniert es aber auch, weil, also unterhaltsam ist es, da bleiben sie ihrem Material treu. Ich habe gelesen, ich habe den Manga nicht gelesen, aber ich habe gelesen, dass sich die erste Serie aus den 80ern viele Freiheiten genommen hat und sich sehr weit vom Manga weg bewegt hat. Die neue Serie soll sich dafür sehr stark an den Manga halten. Bin ich mal gespannt. Also ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Ob das zu halten sein wird, kann man natürlich jetzt noch nicht sagen. Ja, deswegen, das ist glaube ich auch noch so ein bisschen auf einem Testballon. Das ist, und Netflix hatte da auch absolut gar keine Probleme, immer auch laufende Projekte da einfach einzustampfen, wenn sie ihrer Meinung nach nicht funktionieren. Also das ist ähnlich wie alle anderen Streaming-Dienste ja auch. Und da gab es ja jetzt auch schon wieder viele, viele Beispiele in letzter Zeit, wo dann einfach auch Serien nach einer Staffel abgebrochen wurden, die dann selbst mit einem Cliffhanger geendet sind. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn das eben nicht die Zahlen bringt, die sich dann Netflix vorstellt, dass man da auch dann mit einer unverständigen Remake leben muss. Weil hier wurden sicherlich nicht direkt das Cash bezahlt für alles direkt. So läuft das leider nicht. Deswegen wird es immer zuschauen sein, wie das Ganze in der Zukunft dann gehandhabt wird. Gerade wenn dann halt eigentlich ja noch sehr, sehr viele Folgen eigentlich auf uns warten müssen, viele, viele Staffeln. Ob das wirklich bis zum Ende dann erzählt wird. Aber das ist ja erstmal unabhängig davon. Erstmal jetzt die vier Folgen, die zum Aufnahmedatum dieser Folge raus sind, ist ja durchaus ein anderer Anime-Stil, könnte man schon, glaube ich, sagen, wenn man mit den Werken von der Mangaka noch nicht so viel anfangen kann. Weil es ja so ein bisschen die zwei Sachen kombiniert. Also einerseits diesen Kampf-Stil-Anime ist Shonen, nicht richtig, ne? Und halt dieses eher romantische Liebes-Erzählungen. Und das so ein bisschen zusammenmorpht. Das sowohl eine Liebesgeschichte ist, als auch ein Action-Anime. Ja, genau. Also es ist trotzdem ein Shonen-Anime. Shonen sind ja sozusagen für männliches Publikum getargete Jugendangebote, sage ich mal. Das ist es auf jeden Fall auch. Wobei diese Romance-Seite ist eher ungewöhnlich. Ich sage mal so, der Durchschnitt ist schon so, wie du sagst, eher mit weniger Romance, mit nur kleinen Romance-Anteilen. Da ist es natürlich sehr stark im Vordergrund. und man hat auch weniger Fokus auf ein besonderes Energiesystem, Kampfsystem, auf irgendwelche Zusammenhänge, wie man die Kraft oder so erklären kann. Wir wissen eigentlich nur, dass die viel trainieren, viel Kampfzeug trainieren und Ranma ziemlich gut zu sein scheint. Ja. Ja, das ist natürlich. Akane auch. Jetzt hätte ich fast Kagome gesagt, aber das ist die andere aus Inuyasha. Akane auch. Und man erkennt schon, also man erkennt das auch, es war bei Inuyasha ja auch ähnlich, sage ich mal. Da stand ja auch so eine Romance-Geschichte im Vordergrund. Und ich muss sagen, mir gefällt das ziemlich gut. Also ich mag das sehr gerne. So eine locker, leichte, ein bisschen dahinfrötzelnde, du hast schon gesagt, sie können sich nicht so richtig leiden, Liebesgeschichte. Natürlich auch dieser Struggle, den Ranma hat mit seiner Verwandlung. Das ist jetzt im Moment in den ersten Folgen noch nicht so präsent. Also da geht es noch nicht so viel darum. Da ist er eher so dem Abneigend gegenüber. Aber es wird dann im Verlauf der Geschichte noch interessanter. Deswegen hoffe ich, dass es fortgeführt wird. Weil er akzeptiert es dann später auch, eine Frau zu werden. Oder zumindest, ja, er geht anders damit um. Also auch da ist eine Charakterentwicklung dann zu sehen. Es bleibt nicht die ganze Zeit dabei, dass ihn das eigentlich eher nervt. Und jedes Mal, wenn er sich verwandelt, muss jemand mit dem Wasserkocher kommen und ihm heißes Wasser über den Kopf schütten, damit er sich schnell wieder zurückverwandelt. Das ist ja vielleicht auch so ein durchaus interessanter Punkt, wenn man sich das heute anschaut. Diese Idee davon, dass so ein Mensch zwei Geschlechter in einem hat, in denen er sich jederzeit dann verwandeln kann. Das ist ja hier durchaus auch eine Art von Transgeschichte, könnte man vielleicht deuten, auch wenn das vielleicht schon zu hoch gegriffen ist. Mal gucken, wie das, also ich weiß jetzt selber halt natürlich nicht, wie es sich dann später erzählt, aber das ist ja zumindest, was einem sehr sofort irgendwie auffällt. So richtig, jetzt halt wie gesagt, in den ersten vier Folgen ist es ja noch nicht so im Vordergrund, wie du schon beschrieben hast. Aber ich finde es natürlich schon eine interessante Idee, was natürlich schon eine Rolle spielt. Ist jetzt Ranma eigentlich ein Mann oder eine Frau oder halt ein Junge oder ein Mädchen? Und er natürlich aber jetzt in den ersten Folgen immer noch sagt, nee, nee, ich fühle mich als Junge. Aber wenn er das spielt, dann natürlich sich das ein bisschen aufweicht und hier insbesondere die Geschlechtergrenzen aufgeweicht werden. Das sieht man ja auch dann an den anderen Frauenrollen teilweise, die dann eben durchaus nicht nur die zu rettenden Prinzessinnen quasi sind, sondern hier die Frauen auch häufig mit starkes Geschlecht gezeichnet werden. Also durchaus eine feministische Note ist ja durchaus auch in der Serie zu sehen. Und das wird ja dadurch noch bestärkt, dass dann der Hauptcharakter, der eigentlich ja der krasse Kämpfer ist, eben auch eine krasse Kämpferin ist. Das ist vielleicht nicht direkt eine Transgeschichte, vielleicht in dem Sinne, dass sich wirklich jemand mit einem anderen Geschlecht dann jetzt wohler fühlt in seinem Körper, aber eben dann wahrscheinlich eher aus feministischer Perspektive, dass sowohl Frauen als auch Männer hier die Stützen der Gesellschaft sind und eben nicht der eine ist, irgendwie die Kämpfer, die in der anderen sind, die gerettet werden müssen. Das sieht man ja auch daran, dass Akane ja auch irgendwie immer sich prügelnd zur Schule kämpfen muss, weil natürlich alle auch in dem skurrilen Humor von Ranmar ein Halb ist quasi die gesamte Schule, die männliche Seite der Schule steht quasi auf Akane und will unbedingt ein Date mit ihr haben und sie muss sich quasi dann diesem so erwehren, indem sie sich durchkämpft, weil alle sich prügeln wollen mit Akane, weil derjenige, der dann sie besiegt hat, quasi dann das Date so dann besonders durch einen Charakter dann symbolisiert. Also das heißt auch hier wird irgendwie dann auch Liebe oder Zuneigung auch ganz, ganz stark so kämpferisch und auch männlich irgendwie konnotiert, aber irgendwie dadurch auch, dass es dann die Frauen eben auch darauf eingehen und eben auch die Frauen hier als Mitkämpfende gezeigt werden, ja auch durchaus gleichberechtigt gezeigt. Auch wenn es natürlich trotzdem der männliche Blick hier bleibt auf jeden Fall. Und man hat auch immer, es ist natürlich auch durchaus so ein frivoler Humor, könnte man es glaube ich nennen. So durchaus ein bisschen kindisch. Wenn dann auch Ranmar sozusagen seine weibliche Seite entdeckt und eben dann auch seine Bruste erkundet und so weiter. Das ist, wie die Serie damit umgeht, das ist schon eher kindisch, ohne das jetzt negativ unbedingt zu meinen. Aber es ist ja schon eine eher oberflächliche Auseinandersetzung, zumindest jetzt bisher in den vier Folgen. Aber hat natürlich dadurch auch ein bisschen eine Einzigartigkeit, weil es gibt es jetzt glaube ich so in der Art und Weise wenige Serien, die das so aufgreifen. Ich glaube es ist halt, es ist halt der Humor passt ganz gut auf das, was man vielleicht in der Pubertät so Ja, Pubertärer Humor ist vielleicht auch so. Ja, in die Richtung erwartet. Auch nicht negativ gemeint irgendwie. Ich denke auch, also wir reden hier ja auch über eine Geschichte, die Ende der 70er entstanden ist. Und dafür ist es schon überdurchschnittlich feministisch, glaube ich, für wenn man sich andere Anime-Geschichten anschaut aus der Zeit, Manga-Geschichten. Ist das glaube ich, ist das ja auch, glaube ich, was, wo man sich, oder wo sich viele, zumindest habe ich auch viele Vorneinträge gelesen, dass man auch, also auch weibliche Personen sich Identifikationsfiguren dann damals gesucht oder gesehen haben, darin in Akane vor allem. Aber auch ihre Schwestern zum Beispiel. Die sind ja, die sind ja alle sehr durchsetzungsstark. Auch zum Beispiel Dr. Tofu ist ein gutes Beispiel. Der ist sehr verliebt in eine ältere Schwester, ich glaube, die älteste Schwester von Akane. Und eigentlich kommt aus seinem Mund nur noch Gülle raus, wenn sie irgendwie im Raum ist. Dabei ist er eigentlich ein total kluger Arzt, der mit irgendwelchen einfachen Verrenkungen im Rücken irgendwie, weiß nicht, gefühlt Krebs heilen kann, indem er die einmal im Rücken durchknackst. Aber der verliert auch komplett seinen Brain, wenn er die ältere Schwester sieht. Also die Männerfiguren, die sind hier auch nicht unbedingt deutlich männlich konnotiert. Auch das, ich habe mein Gefühl, wir reden ja hier über so eine arrangierte Ehe, das ist natürlich ein sehr ernstes Thema in bestimmten Umfeldern. Hier ist es natürlich auch so ein bisschen als Comic Relief, als Plot-Device gemeint und eingesetzt, dass die beiden da jetzt müssen. Aber die beiden Väter denken sich das ja auch aus. Aber es wirkt jetzt nicht so, dass das unausweichlich ist. Weil sonst würde die Geschichte ja nicht funktionieren. Wenn es unausweichlich wäre, dann müssten sie sich ja damit irgendwie abfinden und dann, weiß ich nicht, gewöhnen sie sich aneinander oder so. Aber das macht die Geschichte ja nicht. Sondern sie sind ja beide auf dem Standpunkt, nö, das machen wir einfach nicht. Und dass sie sich dann ineinander verlieben, vielleicht, who knows, wir haben kein Ende bekommen. Das ist ja erstmal eine andere Geschichte. Aber es könnte natürlich dann, wenn es am Ende dann doch so ist, dass sie sich dann verlieben, kannst du natürlich auch durchaus dann kritisch sehen, indem man dann gesagt hat, ja siehste, funktioniert so eine arrangierte Ehe. Und am Ende lieben sie sich dann halt doch. Das ist natürlich eine Sache, wie es dann erzählt wird, genau. Aber das wäre natürlich durchaus eine Gefahr. Na klar. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man das immer so... Natürlich, wenn man auf dem Papier schreibt, da gibt es eine Serie, in der soll es eine arrangierte Hochzeit geben. Sie wollen erst nicht und dann verlieben sie sich doch. Das heißt, ich mache ein Ist gleich drunter. Die Serie sagt mir, dass das doch funktioniert. Das kann man auch nicht machen. Also das ist halt auch... Ja, das ist immer ein bisschen einfach. Aber es ist durchaus mal... Also es ist immer schwierig. Was zeigt einem die Serie und was sagt sie innerlich aus? Das ist ja super schwierig und auch super subjektiv. Und das ist auch, wo man sehr stark in die Analyse gehen muss. Und das kann sich auch beim nächsten Mal, wenn man das nächste Mal sich so anschaut, ist man schon wieder anderer Meinung, ob das wirklich der Kern da ist, wovon die Serie selber überzeugt ist, ob das diese Werte vermitteln will. Deswegen, das ist dann immer auch eine sehr schwierige Diskussion. Aber durchaus interessant, wenn man darüber mal reden kann. Ich finde auch dieses, was auch eine klischeehafte Erzählung ist, ist natürlich dieses, was sich liebt, das neckt sich. Das ist natürlich auch dieses, man frotzelt sich die ganze Zeit an, aber eigentlich mag man sich. Aber es ist auch... Das kann auch ganz schnell, wird das gefährlich. Also das ist das beste moderne Beispiel für, wie man es nicht machen sollte, wäre die dritte Staffel von Stranger Things. Dort hat man auch so eins zu eins, da wollten die eben, weil sie natürlich auch 80er-Jahre-Atmosphäre, diese Serie atmen und atmen will, wollte sie dann auch so eine typische 80er-Jahre-Beziehung darstellen, die halt eben dieses, was sich liebt, das neckt sich, zeigen will. Wo dann halt auch, was man auch in Indiana Jones paar Mal gesehen hat und auch in ganz vielen anderen Serien, Magnum, ganz, ganz häufig vorkommt. Und genau so eine Art der Liebeserziehung wollte Stranger Things 3 haben, aber hat quasi einfach reproduziert, dieses sehr toxische, dass sich wirklich eigentlich die zwei Mann und Frau die ganze Zeit wirklich fertig machen, sich gegenseitig toxisch beleidigen und auch abhängig voneinander irgendwie dabei machen. Und das wird nie aufgegriffen, dass das irgendwie auch wehtut, was die sich da antun. Aber am Ende, ach, sie lieben sich ja. Und damit das Ganze irgendwie tragisch ist, und das ist dann der Easy-Way-Go, um irgendwie da eine spannungsreiche Geschichte zu erzählen, weil man natürlich das Hin und Her hat, aber man hat gar nicht überlegt, was sagen wir hier eigentlich damit aus und ist das wirklich eine Art Beziehung, die gut ist, aber alle Charaktere sagen auch, ne, die sagen auch, dadurch, dass ihr euch so anfrötztet, ihr liebt euch doch. Und das ist, ich weiß natürlich nicht, wie es da bei Ranma ein Halb weiter erzählt wird. Wäre natürlich auch durchaus eine Gefahr, dass das passieren könnte. Aber ich glaube allein, das ist gerade dieses, was liebst du es? Nächste ist natürlich auch eine sehr westliche, also diese Art der toxischen Liebschaften, sehr westliche Erzählung. Bei japanischen solchen Erzählungen habe ich auch noch mal einen anderen Eindruck, weil das natürlich auch noch mal so übertrieben ist. Und das ja deutlich ist natürlich auch, das sind keine so echten, realen Menschen. Das ist alles sehr übertrieben. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Erfahrung von Akane, dass sie sich quasi durchkämpfen muss durch die Schule, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die natürlich auch wahrscheinlich viele junge Frauen auch gemacht haben, dass sie gefühlt sich durch die Schule kämpfen muss, damit sie überhaupt auf ihrem Platz sitzen können, weil irgendwie sie die ganze Zeit von den Jungs belagert wurden und so natürlich noch mal dargestellt, so extrem dargestellt im Anime, dass sie sich durchkämpfen muss, wirklich. Deswegen ist auch dann diese Art der frötzelnden Beziehung, das kann ja sich alles noch ein bisschen drehen oder ist dann nicht ganz so stark, wie man das jetzt vielleicht bei anderen Sachen sagen müsste. Aber es ist ja durchaus vielleicht auch so ein kritischer Punkt, wie man gucken müsste, wie sich das noch entwickelt. Ja, ja, ja. Wir haben noch nicht über die Animation gesprochen, also über den Stil. Erstmal, natürlich der Stil ist, also man erkennt schon, aus wessen Feder das Ganze stammt, ist natürlich ein modernisierter Zeichenstil. Auch wenn man sich den ersten Anime anschaut, die Version, ist es auch schon deutlich modernisiert. Nicht nur, dass es jetzt 16 zu 9 ist und irgendwie die Farben besser sind, die Animationen irgendwie smoother sind, sondern einfach auch im Zeichenstil ist es relativ, ist es ein bisschen klarer. Du hast nicht mehr dieses, was den ersten Ostseer geprägt hat, noch ein bisschen Comichaftere, also noch ein paar, ein bisschen rundere Augen und so weiter. Das hast du jetzt hier nicht. Oder nicht, nicht, sondern schon deutlich weniger, sag ich mal. Die Haare, die waren in dem Original, wenn man es noch kennt, die waren immer so relativ, relativ groß, im Gegensatz zum Kopf. Das ist jetzt schon angepasster, finde ich. Also es ist ein modernerer Stil. Ich kann nichts Negatives über die Animation sagen. Sieht schön aus. Sie haben für bestimmte Kampfsszenen, haben sie es auch nochmal einen vereinfachten Zeichenstil immer eingebaut. Also der ist dann sehr, der ist dann sehr, sehr einfarbig. Da gibt es dann nur Schattierungen und so. Das ergibt aber alles Sinn. Ich weiß nicht, ob das zum Sparen war, weil man dann die Animation schneller zeichnen kann oder ob man das bewusst als Stilmittel gewählt hat. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Manchmal macht man das aus Spargründen. Aber es ergibt auf jeden Fall Sinn, finde ich. Und man driftet dann auch ab und zu mal ab in diese, wirklich in so eine Art, wo das aussieht wie ein farbiges, wie ein farbiges Manga-Panel. Das ist auch ganz niedlich eigentlich, wo du dann mit kleinen Sprechblasen arbeitest und so. Also ich sag mal, dem Humor der Serie passt sich das Zeichensstil auf jeden Fall an. Ja. Deswegen, es hat auch dann immer einen ganz schönen Impact, sag ich mal, gerade wenn dann sowohl dann die Kampfszenen als auch die Gag-Szenen, es werden so nochmal richtig schön unterstrichen, wenn es dann zum quasi Höhepunkt kommt und dann die Punchline, die literally die Punchline kommt, sowohl beim Gag als auch bei den Kämpfen, dann so nochmal unterstrichen wird und hat irgendwie dadurch auch ein bisschen eine kleine Einzigartigkeit, dadurch, dass es dann manchmal wirklich aussieht wie ein Manga-Bild oder wie eine Manga-Seite. Deswegen muss ich auch sagen, ich würde auch sagen, die deutsche Synchro würde ich als sehr gelungen bezeichnen. Ich hatte es mir jetzt auch auf Deutsch angeschaut und da sind auch die typischen deutschen Anime-Sprecher häufig dabei, die man auch schon ein paar anderen Serien gehört hat, auch unter anderem der One-Piece-Ruffy-Sprecher, war jetzt in der vierten Folge, glaube ich, müsste er das sein, der den Kontrahenten gesprochen hat, aber nicht ganz so hoch, wie Ruffy eigentlich spricht, aber auch eine sehr gute Leistung. Auch gerade die weibliche Version von Ranma finde ich da auch ganz, ganz stark irgendwie, weil sie eine sehr kratzige Frauenstimme hat, was passt nämlich super, finde ich, zu dem Charakter und auch dazu, dass sie eben dann irgendwie halt halb Mann, halb Frau, ist das irgendwie nochmal, finde ich, nochmal auch eine sehr passende Wahl, so eine Art kratzige Stimme zu nehmen und auch dieses aufgedrehte, hibbelige, was alle die, oder die viele der Figuren haben, kriegen die deutschen Sprecher sehr gut rüber. Deswegen da viel Lob dafür. Also sie haben auch, sie haben auch tatsächlich, sie haben auch tatsächlich fast alle Sprecherinnen und Sprecher des Maincasts von damals zu, zu erneut, also wieder besetzt sozusagen. Ich glaube, es ist auch nur eine Ausnahme, weil jemand gestorben ist, aber das ist schon, bei den Main, bei den Hauptcharakteren ist es, ist es, das, das Original sozusagen. Dann noch beeindruckender, dass dann eben wahrscheinlich da in den 70er, 80er Jahren dann 20-Jährige, oder 90er Jahren und vielleicht als es nach Deutschland gekommen ist, 20-Jährige gesprochen haben und jetzt sind es vielleicht so Ende 40, Anfang 50-Jährige, die das Highschool-Figuren sprechen und das fällt jetzt nicht unbedingt auf. Also manche natürlich ein bisschen älter, aber so noch, dass es jetzt nicht absolut negativ auffällt. Deswegen noch da nochmal extra Lob für diese Leistung. Ja, ich glaube, dass die, ich glaube, dass die sind in den, müssten in den 90ern, in den 90ern, genau, die haben ja immer ein bisschen gebraucht dann, Dragon Ball hat auch nach, ist erst auch nach, glaube ich, nach 10 Jahren dann in Deutschland gelaufen und so. Die Zeiten sind viel länger gewesen früher und RTL 2 hat sich dann auch durchaus an älteren Serien bedient. Ich glaube, nur daran mal männliche Sprecher ist verstorben, glaube ich, der Original und hat jetzt einen neuen Sprecher bekommen. Genau. Ne, finde ich auch. Deswegen habe ich auch dann, ich habe in Japanisch reingeschaut, ist auch natürlich toll, also japanische Synchronkunst ist auch ein ganz großes Kino meistens, aber allein schon aufgrund des wohligen, des wohligen Nostalgie-Schimmers habe ich dann auch die deutsche Synchronie weiter geguckt. Ja. Okay, also kann man sich durchaus echt mal anschauen, oder? Ja, würde ich auch sagen, es hat mal, wenn man halt diese Art von japanischem Humor mag, dieses frivole, ein bisschen sehr skurrile, alles ist sehr drüber, wenn man da ein bisschen was mit anfangen kann, dann auf jeden Fall mal reinschauen, wie gesagt, tut auch nicht, also es ist ja auch dadurch, dass man mit einer Folge, da glaube ich, da hat man auch schon einen sehr guten Überblick, also dadurch sind wir quasi noch in der Phase, wo erstmal Charaktere noch vorgestellt werden, aber sozusagen der Stil und die Erzählweise und auch der Humor, der ist schon ab der ersten Folge sehr präsent, das heißt, wenn man da einfach mal reinguckt und schon mit der ersten Folge dann eigentlich Lust bekommen hat auf mehr, dann ist man da glaube ich auf einem sehr, sehr guten Weg, deswegen da auf jeden Fall Empfehlung für so eine locker, leichte, kurzweilige Serie. Was mir übrigens aufgefallen ist im Vergleich mit dem Original, mit der original ersten Folge, dass, also natürlich sicherlich, ich kann, ich weiß jetzt nicht, ich kann auch keinen Inflationsrechner bemühen, ich weiß nicht, was die erste Folge damals gekostet hat und was die jetzt kostet, mein Eindruck ist, auf der einen Seite ist natürlich die Technik viel weiter gegangen, auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ob die jetzt auch teurer ist, weil wenn man sich so die Hintergründe anschaut und die Bewegungen anschaut und so weiter, es wirkt heute schon hochwertiger als damals. Also es gibt natürlich auch Animes von damals, die absolut hochwertig und grandios sind, also so, aber im direkten Vergleich glaube ich, dass mehr Geld in die Produktion des aktuellen Geflossenes als jetzt inflationsbereinigt damals in die ersten Folgen geflossen ist. Zum Beispiel dieser Kampf am Anfang zwischen Ranma und seinem Vater, wo wir noch nicht wissen, also wo er als Mädchen ist und sein Vater als Panda, wo Ranma einfach gegen den Panda kämpft im Prinzip und wir noch gar nicht so wissen, was da jetzt eigentlich Phase ist, der findet im Original in so einer verlassenen Seitenstraße statt und in dem Neuen ist es ja eine belebte Hauptstraße mit Publikum und im Hintergrund ist Bewegung und so Zeug. Also das als einfacher Vergleich. Ja, ich glaube, da sieht man auch schon, dass da dann mehr Geld da reingeflossen sind und ich denke mal auch durch die Netflix veröffentlicht und da ist auch dann nochmal mehr möglich, als was man wahrscheinlich damals gemacht hat und investiert hat. Gut. Jo. Kurzweilige Empfehlung. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht's weiter. Ich habe auch schon zwei Vorschläge für dich, Lukas. Sogar zwei. Das Aktuelles und was Älteres. Das beschränken wir auch gleich, wenn das Mikrofon aus ist. Also dann, macht's gut. Jo. Tschüss. Tschüss. Das ist das, was ich weiß. Das ist das, was ich weiß. Vielen Dank.